Ihr wisst, was ich vorhabe. Danke. So, und jetzt fliegen wir da hin. Wo ist meine Markierung? Da. So, noch ein bisschen weiter. Da sind die Viecher. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendwas finden. So, erstmal hier oben, wie sieht's aus. So. Da schnappen wir uns jetzt erstmal auf das Koffer. Was müsste das sein? Da, hier ist es das. Aha, super. Das ist also gar nicht gut. Und das ist... Ammoniak? Ja, super. So, okay. Der will mich also verarschen. Ich bin mir sicher, das ist da unten irgendwo. Hier. Ich land mal hier. Und gucke dann, wie es weitergeht. Das ist ja furchtbar. Also, das ist jetzt noch weiter weg. Ja. Der will mich verarschen, oder? Ich komm doch da nicht hin. So, wir fliegen mal ein bisschen in Richtung des Speichers. Ich bin jetzt. Nur ein bisschen. Und gucken mal, ob wir irgendwas Besonderes finden. Landen wir doch mal hier. Doch, der ist frei. Noch nicht so. Ich hasse das manchmal. Aber das da hinten sieht bloß noch ein Treffpunkt aus, oder? Da ist es doch. Bin ich doof. Ich muss es doch so machen, ja. Ja, ungefähr. Komm, machen wir es so. Das muss gehen. Hier kann man laden. Landen. Fuck. Ich hasse das. Ganz ehrlich. Ich hasse das. Okay. Das ist nicht weit. Wo soll das sein? Was soll das sein? Ich sollte vielleicht mal nochmal... Ja. Wo bitte ist das? Gift schutzaktiv. Alles gut. Da unten. Da ist es. Aber ich will nicht... Das haben wir. Was ist das? So. Noch schnell mal gucken. Wir schnappen uns jetzt mal die Belohnung. Gut. Dann... Gucken wir mal. Nein. Ob wir... Achso. Ja. Das geht auch. Dann nix wie weg hier. Weil das da ist echt ekelhaft. Haben wir immer noch keinen Kupfer, aber das macht nix. Kannst du bitte mal ruffliegen. Alter Schwede. Dann jetzt erstmal schnell zum... Dingens. Raumstation. Dann könnten wir von hier aus vielleicht einen grünen Planeten finden. Die Frage ist... Ach, können wir von hier aus ein... Warte mal. Ne, ne, ne. Haben wir alles nicht. Warte mal hier. Dick, was soll das sein? Aha. Können wir damit irgendwas anfangen? Ja. Ah, genau. Okay, kommt jetzt. Genau. Gut. Aha. Ich weiß nicht, was das soll. Achso, das ist das Ding wieder. Gut. So. Was mache ich denn da? Ja. Ja. Also, ich will auf jeden Fall Punkt 2 komplett abgeschlossen haben. Das müssen wir einmal da rein und einmal den Konfliktscanner. Jetzt gibt mir bitte mal ein bisschen Kupfer. Das auch noch. Ja, das ist super. Können wir dann irgendwie auffüllen? Mh, dachte ich mir. So. Okay. Ja, nichts. Nichts. Na gut, das geht ja noch. So, dann müssen wir auf jeden Fall ein bisschen Pyrit oder Tritium kaufen. Weil so kann, brauche ich nicht mehr zu starten. Mhm. Mhm. So. Gut. Mhm. Erstmal da hin. Dann. Mal schnell mal gucken. Haben wir irgendwas bekommen? Frachtschat. Ja, das ist toll. Sonst irgendwas? Ach, die haben wir noch. Gut, dann müssen wir die auch noch nehmen. Die kostet ja nichts. Okay. So, okay. Schaffen wir es bis rüber? Im Leben nicht. Nicht mal annähernd. Ich finde die wesentlich knackiger als die andere. Bis auf die Sache mit den Eiern. Die war ja furchtbar. So, ich gucke mal, ob wir irgendwas haben. Haben wir Pyrite? Nein. Metall. Wir haben hier nichts. Haben wir hier Tritium? Nein. Haben wir irgendwas? Nein. Willst du mich rollen? Ich gucke mal, ob der da ist. Ist das? Ah ja, genau. Super. Dann gucken wir mal her. Ey, man kann nicht mit denen handeln, oder? Was haben die abgeschaltet? Ja, wie soll ich denn jetzt hier wegkommen? Mann. Ich brauche Tritium. Man kann nicht mit denen handeln. Na gut. Ist nicht schlimm. Müssen wir ein bisschen Ja, Silber würde ich nicht. Ich will auch kein Gold. Das ist gut. So, wir haben im Prinzip schon genug. Ja, super. Der Hypercluster an sich. Ja, zwei. Super. So, nun will ich irgendeine schöne, friedliche Ecke. So, lass mal ganz kurz gucken. Okay, ja gut. Das wäre erledigt. So, jetzt zeigen wir mal Planeten. Planeten. Was ist das für eine? Gamma-Wurzel. Uran. Ja, Silber. Kupfer. Aber der ist mir zu unfreundlich. Der hier. Frost. Kupfer. Dioxid ist gut. Ich will nur ein bisschen Kupfer. Ich hoffe, der ist jetzt nicht zu bergig. Ich hasse bergig. Das ist nicht bergig Gladbach. Gegen bergig Gladbach habe ich überhaupt nichts. Ich habe keine Ahnung, was das genau ist für ein Ort. Da war ich nie, aber... Hier. So. Ich brauche Kupfer. Was war das? Wow. Okay, das hätte ich vielleicht vorher sehen sollen. Der bringt mich nicht sonst rum. So, nochmal. Salz. Dioxid ist ein guter Anfang. Wie weit? Das nehmen wir. Das ist nämlich gut für... Aber jetzt, ganz ehrlich, ist es schon ein bisschen knackiger. Oh, toll. Und damit kann ich laut der Angabe hier mein Lebenserhaltungssystem. Das ist das. Das ist sehr wenig. Ich bin ja auch wirklich gerade eine Pustblume, ne? So. Jetzt, wo ist Kupfer? Moment, müssen wir ein bisschen triangulieren. Frostkristall ist schwerer, toll. Salz. 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 Dioxid. Dioxid. Ja, auch Dioxid. Ich will es ja gar nicht. Wo ist es? Schiff, wo bist du? Schiff. Wo ist bitte mein Raumschiff? Das kann doch gar nicht weit weg sein. Da. Ja, super. Ja, genau. Lange doch genau da. Die Wasserstoffjahr später. So. Das ist ein einfaches Stückchen weiter. Über den Berg. Stabschubdüsen sind natürlich wieder grottig leer. Also, nee, ich finde es doch schon gut knackig. Komm. Wir landen mal hier. Dann holen wir uns ein bisschen Nanit ab. So. Erstmal. Machen wir den kaputt. Ich kann... Ich bin noch eine Pustblume. Dann. Dioxid. Dioxide. Du willst mich doch verarschen. Das sucht man sonst wie doof. Gut. Kupfer. Sollte erstmal reichen. So. Das Problem ist... Traum... Oh. Oh. Was ist... Ist da was kaputt? Oder was? Warte mal. Ganz kurz. Ist da... Irgendwas beschädigt? Nein. Da... Äh. Was ist... Warte mal. Ist aber irgendwas anderes, was ich nicht verstehe. Habe ich eine Amino-Kammer? Ne. Ich habe nur einen Treibstoffgut. So. Ich... Alter. Okay. Ich war mir sicher, der kann das ein bisschen besser, aber... Das war nicht so doll. Oh. Bitte, bitte lass es ein bisschen mehr Kupfer sein. So. Versuchen wir nochmal. Ja, komm. So geht das nicht. So. Nochmal. Rennen. Zack. Und... Viel ist es nicht. Das ist sogar... Eher wenig. Das ist sogar extrem wenig. Ja. Ja, das können wir vergessen. Oh, fuck. So. Haben wir vielleicht noch mehr? Da ist noch mehr. Okay. Das wäre ganz typisch gewesen, wenn... Ähm... Na. Wenn das gerade hier an der Stelle... Wo das Loch ist, einfach mal ausgesetzt hätte. Ja, genau.